alles klar ja ich hab Zeit ich unterhalte mich hier mit den Logistikern Körmel bestätigt, over ja ich glaube hier hat sich irgendjemandem Spaß erlaubt und auf die Landebahn zwei Schafe mit schwarzem Graffiti irgendwie so hingemalt naja lustig, komm die eingetrockneten Blutreste und sonst was zwei Schafe mit Grafi- ja hier mitten auf der Landebahn sind mit schwarzer Farbe die Silhouetten von zwei Schafen drauf gemalt drei sogar vier ich hab immer mehr Körmel bestätigt, machen Sie ein Beweisfoto, das später an unseren Offizier weitergeleitet werden kann ja oh ich bemerke hier ein schweres Problem ähm scheinbar oh scheiße man kann das Graffiti nicht begehen und das ist mitten auf der Startbahn der Startbahn finden sich Ziegen, die sollten ja mal verschreiben und sagen kann man das wegschwimmen das Graffiti blockiert den Weg komm wir schieben das weg, helf mir mal geht das zu zweit das Graffiti blockiert den Weg, so verstanden sehen Sie eine Möglichkeit irgendwie zu starten, komm ja wir versuchen gerade das Graffiti ein bisschen weg zu schrubben wird wahrscheinlich erfolgreich sein, komm scheiße Alter wir müssen das mindestens noch vier Meter weg tun bestätigt auch wir müssen den Flügelspann walten fuck ich würde hier mal zur Sicherheit die restliche Startbahn auch ab ja wollen wir mal probieren das einfach mit dem Auto weg zu schrubben das ist ne gute Idee das ist der falsche Kompon, aber da werden wir auch in Position beziehen ja verstanden, wir nehmen den auf dem wir dazu steuern Moin Tim das hat geklappt jetzt, ach ne die steht hier immer noch ja super weiter 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 hey du hast sie verloren du hast sie verloren, die liegt hier du hast sie verloren, die liegt hier